Tag 1. Fuck the war. Spannend was für ein Team ich da jetzt bekomme. Katja ist schon mal nicht dabei. Das ist so deprimierend eigentlich. Aha, der Koch. Oh, der Scavenger ist dabei. Das ist sehr gut. Pavle, warum bist du krank? Warum bist du verwundet? Alle kaputt. Schlimm. Ja, nehmen wir. Hätte ich gern. Wir lieben Leute, sucht euch. Oh, die sind... Sehr schön. Noch mehr Herbst, ist nicht schön. Ähm, so. Das verliegst jetzt morgen ja. Wenigstens etwas, ne? So, was können wir denn noch machen? Hier müssen wir durchgraben. Das kann ruhig mal der Verwundete machen. Oh, wir haben was zu essen gefunden. Wie schön. So, du gehst jetzt hier runter. Dann hast du hier die Tür auf und breffst dich hier fröhlich. Gehren wir die Tür auch auf? Ja, wie schön. Weiter geht's. Das Door ist lockt. Wie schön. Wie toll. Dann... Was ist die Tür? Nein, halt. Stopp. So. Wieso ist die Tür abgeschlossen? Na gut. Geht's doch in den Keller. Sonst nichts, was ich hier... Das ist ja deprimierend. Man kann hier durchgraben oder nix. Aber was ist denn nix? Was haben wir denn? Shit. Nur shit. Ich bin ja nur zum Kind of Shovel. Kannst du vielleicht die Werkbank basteln? Das wär A+. Ja? Ne. Also stopp. Wo ist die... Werkbank? Yes. Make a Werkbank. Die platziere ich gleich drück daneben. Ja. Gut, gut. Es läuft. Hm. Just scratch. Ja. Genau. Bis sich der Scratch entzündet. Wo. Bis sich das entzündet. Einfach. Du stirbst. Ähm. Was haben wir denn? Zehn Komponenten? Jawohl. Das reicht für eine Schau. Und eine Crowbar. Wie schön. Ist ja auch abschlossen. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ist ja auch abschlossen. Dann setz dich halt hin. Mach halt nix. Fauler Sack. Ne halt. Idee. Nicht. Nicht du. So. Ja. Und der hat was jetzt gar ne Crowbar. Genau. Der macht jetzt erstmal alle Türen auf. Der braucht sich die Scheiße. Ja. Und du stehst dumm rum. Und jetzt machst du bitte das hier auf. Slightly sick, slightly wounded. Oh Mann. Ich brauche Medikamente. So. Bruno. Du hast deine Schaufel gebastelt. Bitte benutzt sie. Warum steht da eigentlich Untitled Broadcast? Der Broadcast hat doch ne. Hat doch nen Titel. Probieren wir es nochmal so. Okay. Marco. Bitte guck mal was der denn ist. Hey. Medikations. Das heißt, wer ist denn krank? Barbrief. Ähm. Bitte. So. Oh. Na toll. Und die andere. Hm. Gut. Der Shovel is doing good job. Ja. Wunderbar. Dafür ist sie da. So. Pawle sollte. Pawle. Mach die Tür auf. Bitte. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. So. Und wenn der mit der Schaufel fertig ist. Das ist wunderbar. Diese Schaufel ist transdimensional anscheinend. Sie fliegt von einem zum anderen. So. Gut. Jetzt gucken, ob ich ein Bett basteln kann. Oh, die Zeit ist gleich um. Man kann natürlich kein Bett basteln. Man bastelt nichts. Dann mach die Tür auf. Und du machst dich jetzt bereit, dass du gleich ein Faust. Du hast nichts zu tun, als... Hoffentlich krieg ich die Tür hier noch auf. Da ist alles Tolles drin. Ja. Alles. Gut, okay. Du gehst schlafen. Du wachst und du gehst gerne schlafen. Und zwar... Ja. Cottage ist nichts drin. Brechstange mit... Schaufel? Ich schaufel mit. Ah, ne. Wobei. Ich brauch sie. Ja, ich brauch sie bestimmt. Ja, es ist safe, Marco. Ganz sicher. Toll. Ja. Ich kann schon nicht mehr alles nehmen. Das ist unfassbar. Das ist doch unfassbar. Das ist doch unfassbar. Erste Nacht und schon gleich alles im Sack. Ja, Gott. Lecker ist zu essen. Das muss ich dann wohl leider mitnehmen. Zucker, Wasser... Oh, Wasser ist auch richtig. Nicht Zucker. Wasser. Was ist denn jetzt ärgerlich? Ich brauch das doch alles. Ja, ich habe das Gefühl, ich muss um dieses Haus nochmal. Was ist wichtiges? Irgendwas gradartig wichtiges wäre doch toll. Wie zum Beispiel. Wie zum Beispiel. Die Medikamente. Nein, die Medikamente brauchen. Grand Exit. Ich komm später wieder. Drei. Danke. Die Medikamente.